Wir befinden uns hier im Archiv der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Mein Name ist Christiane Wachsmann. Ich bin die Kuratorin einer Ausstellung über den Industriedesigner und Architekten Hans Gücselow, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre und für die HFG eine ganz besondere Rolle spielte. In den letzten drei Folgen habe ich so seinen ersten Werdegang erzählt, wie aus dem Architekten im Grunde ein Industriedesigner wurde, der da auch immer mehr Erfahrung sammelte auf diesem Gebiet, denn so einen Beruf gab es ja damals noch gar nicht. Jetzt beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit den 1960er Jahren, als er eben wirklich dann schon ein eigenes Studio hatte und für viele große Firmen arbeitete und sehr erfolgreich war als Industriedesigner. Hier sehen wir Hans Gücselow mit seinem Team. Er sitzt vorne in der Mitte und hat einen Schlüssel in der Hand und auch einige der Geräte, die wir jetzt gleich angucken werden, stehen hinten in dem Regal. Auf eines möchte ich jetzt aber als erstes eingehen. Das ist dieser Brenner der Firma Weishaupt, die hier in der Gegend ansässig ist und auch sehr innovativ war, indem sie nämlich bereits Anfang der 1960er Jahre einen Industriedesigner beauftragte, Hans Gücselow und seinen Mitarbeiter Hans Sokop, einen Brenner für sie zu entwerfen. Das war so in dieser Investitionsgüterbranche überhaupt nicht üblich und wir haben in der ersten Folge den Brenner gesehen, den sie bis dahin hergestellt haben, der von einem Ingenieur entworfen war und der ist jetzt eben, der verbirgt eigentlich die Technik, aber man sieht einfach das, wo geht es an, wo geht es aus und an der Seite kann man auch noch sehen, wo kann man was einstellen. Also es ist eben viel mehr von der Seite des Benutzers her gedacht und natürlich auch von der Fertigung sehr viel weniger aufwendig als dieses Teil, wo man eben einfach die ganze Technik umformt hat. Das war sehr typisch für Hans Gücselow und ich zeige jetzt einfach eine Reihe von Dingen, die er entwickelt hat. Unter anderem diesen Rasierer für die Firma Braun, da gab es ein Vorgängermodell, das eben durch seine besondere Scherblatttechnik einfach auch sehr innovativ war und sehr erfolgreich und er hat dann aber diese Form eingebracht und diese Farbe Schwarz und Silber, das ist also eigentlich ein Redesign. Ähnlich ist es auch mit diesem Kodak Karussell, das hat ein Amerikaner entwickelt, aber Kodak wollte es dann noch für den deutschen Markt haben und Gücselow hat zum Beispiel diese Schräge im Magazin eingeführt, weil das einfach die Dias dann viel besser zu greifen sind und dieses Karussell wurde auch wirklich fast überall und immer genutzt, solange es noch keine digitale Technik gab. Hier sind einige Geräte, die Hans Gücselow für die Firma Braun entwickelt hat noch, die allerdings nicht auf den Markt kamen. Unter anderem diesen Dia-Projektor, bei dem man einfach einen Stapel Dia hinlegen konnte und dann fielen sie immer runter und konnten so gezeigt werden, aber die Firmen verdienten vor allem an den Magazinen und deswegen war das zwar eine gute und innovative Idee, aber hat nicht funktioniert. Ähnlich ist es mit dieser Küchenmaschine. Braun hat damals eine eigene Küchenmaschine bereits entwickelt. Das ist dieses Gerät, wo sich die Schüssel automatisch drehte. Hans Gücselow hat dann einfach vorgeschlagen, dass man einen Motorblock macht, der steht hier auch, mit dem man dann ganz verschiedene Sachen betreiben kann, also vom Rührgerät über die Schubwutzmaschine bis sonst wohin. Das wurde dann allerdings war dann nicht mehr so aktuell, weil in dieser Zeit gerade aus Japan viele kleine Motoren kamen, sodass jedes Gerät einen Extramotor haben konnte. Wir befinden uns hier ja in der Hochschule für Gestaltung und deswegen ist es auch noch mal ganz wichtig, auf den Unterricht zurückzukommen, der hier in dieser Ausstellung keine so große Rolle spielt, den man aber in unserer Dauerausstellung durchaus sehen kann. Am Anfang war es so gedacht, dass Studenten zusammen mit ihren Dozenten, also mit Hans Gücselow an Geräten oder Entwürfen für die Industrie arbeiteten und dadurch auch das Geld für die Hochschule verdienten. Das hat aber nur so die ersten zwei Jahre funktioniert, denn dann kamen neue Studenten. Hans Gücselow drohte, seine alten Mitarbeiter zu verlieren und diese neuen Studenten hatten natürlich auch relativ wenig Erfahrung und es war auch schwierig mit der Geheimhaltung, wenn man für die Industrie arbeitet. Deshalb war dann so in den 1950er Jahren, Ende der 1950er Jahre der Unterricht, da gab es viele Studenten, die nicht so glücklich waren, weil Gücselow sehr auf diesen Aufbau seines Instituts daran arbeitete. Aber danach hat Gücselow dann sehr systematisch auch einen Unterricht entwickelt. Unter anderem zum Beispiel wurden dann solche Radienstudien gemacht, wo man sich überlegte, wie sieht ein Klotz aus, wenn man einen kleinen Radius macht, wenn man einen großen macht, wenn man verschiedene Radien macht. Was bedeutet das für das Aussehen? Oder dann hier diese kleinen Ölkanister, wo es darum ging, dass man die Sachen gut transportieren und gut lagern konnte und so wenig Platz wegnahm. Das waren so klassische Industriedesign-Aufgaben für Studenten des ersten und zweiten Studienjahres. Ganz wichtig noch zu erwähnen, an der Hochschule für Gestaltung gab es am Anfang keine Kunststoffwerkstatt, aber das Materialkunststoff wurde natürlich immer wichtiger und sie wurde dann auch später eingerichtet und Hans Gücselow hat sich sehr auch damit auseinandergesetzt. Als Beispiel zeigen wir hier diesen Sessel, der eben eine Kunststoffschale hat und auch Kunststoffpolster. Hier auf diesem Foto sieht man ihn jetzt im Zusammenhang mit der Anlage von Braun. Also es wirkt auch heute noch sehr futuristisch, diese ganze Einrichtung und passt aber auch ganz gut zusammen. So, das war jetzt die Folge, die vierte Folge über Hans Gücselow und in der nächsten Folge wird es jetzt einfach auch noch um seine internationale Bedeutung gehen und leider dann auch um das Ende seines Lebens. Er ist bereits 1965 gestorben. Vielen Dank.